Das Hotel Terrasse Club liegt in Alpoch in Hoss in Algawe. Die meisten Gäste des Hotel Terrasse Club würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 79%. 196 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,4 von 6 Sonnen vergeben. Dabei wurde das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsangebote bewertet. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer, Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon, das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Für das gute Sport- und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,6 von 6 Sonnen. Service Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4,4 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 4,3 von 6 Sonnen. Sonnen Lage und Umgebung Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,2 von 6 Sonnen. Gastronomie Gastronomisch bietet das Hotel in den Augen der meisten Gäste eine zufriedenstellende Leistung. 3,7 von 6 Sonnen lautet die Durchschnittswertung. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.